Pius, Junge! Ey, Phil! Geil! Wie geht's als frisch gebackener Midlaner? Junge, geil! Ich hab Spaß an League of Legends! Moinsen, Robin! Guten Tag! Moins! Moins! Junge, wer legt so ne Scheiße auf 14 Uhr, Alter? Ich seh nichts, es ist so hell! Alter! Was ist mit dir? Ich war bis 7 wach und dann um 13 Uhr klingeln diese Pissschulkinder jeden Scheißtag! Wieso? Ja, weil die hier Klingelstreicher machen, die Huren! 10 Subs an die Schulkinder, wenn sie leaken, wo sie klingeln! Das ist wirklich gottlos! Jeden Tag! Es ist jeden Tag! Aber meistens, die wissen, wo sie klingeln oder klingen die einfach so ziellos? Nein, die klingen einfach, weil das Haus hier sich anbietet dazu. Moin, moin! Die heutige Algorithmus-Frage lautet wie folgt. Was glaubst du persönlich ist die einfachste Rolle in dem Spiel momentan? Schreib's auf jeden Fall unten in die Kommentare und jetzt weiter mit dem Video! Viel Spaß! Jungling is so easy! Moin! 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 Lass mich heute kurz erklären, wie wir das Ganze machen! Wir machen besser 5! Hoffe ihr habt alle Spaß! 5! Ja! 14 Uhr! 14 Uhr! Ist einfach fair! Können wir 3 machen? Ja! Wenn ihr 3 Uhr macht, ja! Gut! Ich regle, dass das eine Seite 0-3 gewinnt! Ich habe mir jetzt 4 Boni überlegt, ich glaube wir sind alle einigermaßen balanced! Nach jedem Loose darf sich ein Team einen Bonus aussuchen! Man wählt einen von 4 und der ist dann weg auch für das jeweils andere Team! Ja! Also man könnte quasi taktisch verlieren am Anfang! Also! Bonus 1! 2 Spieler tauschen die Rolle! Ihr könnt im Gegenteam 2 Rollen tauschen! Bonus 2! 10 Buns! Ihr könnt 10 Champions einfach rausnehmen! Ihr schreibt die ersten 5 rein, danach nehmen wir ein ganz normales Draftsystem! Bonus 3! Nur aus 4 Regionen Champs wählen! Aber dafür fallen die Buns weg! Der 4. Bonus finde ich auch spannend! 2 Item Buns! Die werden aber quasi vom Verliererteam ausgewählt! Dem Gegnerteam nicht gesagt! Dann wird gedraftet! Oh no! Und erst dann werden die Item Buns gesagt! Aber man muss die Item Buns entscheiden, bevor das gedraftet wird! Bevor du die Enemy-Comps siehst, musst du die Item Buns machen! Die Buns für alle? Für beide Teams? Ne! Natürlich nicht! Nur fürs Gegnerteam! Und du bist ja ein richtig kreativer Fuchs! Voll geil! Danke! Das hat ja niemals kam das von ihm! Ich renne gleich runter! Dann zocken wir! Geil! Wo ist Freddy eigentlich? Bild! Bin da, Pius! Oh, den haben wir! Klagen das Ding! Der wird jetzt genau sagen! Oh, die fokussen mich hier aber auch hart! Klang echt wie Nowhere, Alter! Ja wirklich! Die machen Drag! Die machen Drag! Die machen Drag! Die machen Drag! Lass contesten! Ja! Komm! 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 Einfach Renato! Einfach Renato! Einfach Renato! Die müssen auch flashen! Ich hab noch Johnny! Nice! Kill Aatrox! Oh mein Gott! Ich outeke die ganze Zeit! Ich dachte dir, Scheiße! Nee, ich hab den ganze Zeit outekekt! Das ist bitter! Das war bitter! Das ist ein absolutes Horror! Der mit 1 HP überlebt! Das ist so! Bin da! Der hat Flash noch married! Wenn er unten läuft, bin ich da! ich habe noch schon jetzt dann erst dann ich bin drin ist noch nicht da ja lasst was hier lasst ihr gucken was sie gucken was sie gucken hier in lokalen dann geht auch links von unten raus was das ist ja ich habe ja auch hier wenn das wird da drin sein wahrscheinlich ja aber noch weit schön ich wüsste einmal gewesen ich hätte ja ich kann da einfach mal auf mal gucken und und mit 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 das ist ein spieler so nekliges schalte er opfer war auskommen versuch einfach irgendwo sterben okay ein renate kill ja 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 ich denke in der länder Das ist der Spotset, lass hier ein Play machen, guck. Guck, guck, guck. Oh mein Gott. Bitter. Oh, da kommt noch ein Modder Kaiser. So ladt es einen Stacks. So ladt es einen Stacks. Jetzt, jetzt, jetzt. Juhu, ich mach da ja gar kein Damage. Nice, weiter. Das ist ein Warmus TP. Boah, stark, stark, stark. Ich komm, ich komm, ich komm. Schau, 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 schau. Brauch Hilfe. Brauch Hilfe. Wir müssen das probieren, wir nehmen noch einen Snack mit und dann ist gut. Hm. Ist halt Jack schon, ne? Okay. Er töte mich einfach so, das ist so traurig. Taktischer Erster los. Ich sag ehrlich, mit Kamen hätten wir gewonnen. Cool. Ich glaub ja das. Müssen wir uns natürlich überlegen, wer bei den Rollen stoppt. Ich würd sagen, wir packen NoWay mit Karni tauschen. Oh, das ist eigentlich eine gute Idee. Nee, Karni. Oder rück dich einfach in die Weile in den Jungle. Also wenn jeder sagt, Jungle ist die most broken Rolle, so dann ergibt es schon sehr viel Sinn. Es macht doch Sinn, eine Person auf eine Rolle zu packen, die er überhaupt nicht spielen kann. Ja, Karni auf Mitte. Aber der kann doch einfach Karma, Seraphine, irgendwas spielen. Der wird doch niemals, also Mitte ist doch die einfachste Rolle, um nicht gekleppt zu werden. Ich glaub irgendjemanden in den Jungle zu packen, der nicht junglen kann, ist das Beste. Ich glaub, Karni Jungle ist das Play. Wenn du da nicht 8 Level Ahead bist, Filne, dann lach ich einfach nur. Jetzt hast du die Pest, Filne. Ich werd hier jetzt fighten. Ja. Auf jeden Fall ihn auch fighten. What? Er ist dead, er ist dead. Weit auf jeden Fall keine E ab. Also... Ich hab Slow drauf. Noch raus, bin fine. Ich komm noch nicht ran, ich komm noch nicht ran. Du kriegst den aber auch. Ja, er ist dead, auf jeden Fall. Boah, schön. Boah, well fun played. Okay, nice. Ich komm reingelaufen. Ich komm, Richtung Bad. Hast du einfach ne? Nice. Der wird da rüber flashen. Nein, wir kommen da auch. Nice. Karnis hier, Karnis hier. Kannst du Karnis? Ich, ich move, ich move. Ich kann auch move. Ich bin zu hoch. Ich bin auf jeden Fall auf dem Weg, Filne. Ich werd's sehen. Wain gleich da. Ich hier dann, ne? Ja, wir fliegen bitte first by Tourism. Ja, das war wieder unter. Wir sind 2v2, glaub ich. Ich stell dir noch ganz kurz backup. Okay, nice. Hat gewartet hier, hat gewartet hier, ich bin da. Ja, ich, ich go's so. Karnis hier, Karnis hier. Ich hab keinen Flash. Nice. Ich bin deep hier. Ich hab Karnis. Wir können hier alle kommen, ne? Gangplank können kommen, aber nice. Bin ich da, ne? Ich komm da nicht hin, ich bin da sehr farf. Okay, okay. Ich hab noch, ich hab ult, ich hab ult, ich hab ult. Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich kann gut zogen, ich kann gut zogen. Ja, ja, Swain, Swain ist weiter rein. War einer hinter mir? Ehrlich? Gleich da, hier, wenn er die Hitlamp. Was? Ich geh'n da her. Ich hab'n Laser. Oh, ich bin dead. Ja, ich hab'n Q-Man. Ja, aber der... Junge! Die feuern aber alles! Wo geht's noch auf Top-Land, also? Oh mein Gott! Ha, aber wissen wir, ob der Flasher... Ich steck mal kurz hier. Wo er da ist? Naja, er hat kein Smile mehr. Nice. Ich hab' ja auch alle tot, also... Was? Wir haben noch Mana? Wir sind ja ADCaries, wir brauchen keinen Mana. Hast du's nicht? Fittich? Wir brauchen echt keinen Mana. Perfekt. Ich brauche immer noch Gargoyles ab, also... Also, also... Ich glaube... Diese Dinger sind nicht ganz balanced. Glaubst du... Meinst du, es gibt stärkere und schwächere Bonis? Ja, ich hab' das Gefühl. Ja. Ich muss auch sagen, der erst viel Top-Land hat sich jetzt auch nicht so... Ich hab' mir die ganze Zeit vorgestellt, dass da nicht Karni, sondern Algurin steht. Richtig ist in seiner Zone jetzt drin. Nice. Stell dir mal vor, wir verliehen jetzt das nächste Game, haben dann 10 Bands auf Karni im Jungle. Am Ende ist du doch so Rengar-Kar-Six offen. Hallo Brückmann. Hallo. So. Wir nehmen zwei Item-Bands. Ich bitte euch, für die Leaks nicht in den Chat zu schauen, bis wir ingame sind. Und wir schreiben euch in den In-Game, was die bei Item-Bands sind, ne? Aber ihr habt die jetzt in Schieber, die sich noch an unsere Champs anpassen, oder was? Also wir entscheiden die jetzt gleich noch. Aber bevor wir picken, oder? Vor dem Draft, ja. Vor dem Draft entscheiden wir unsere Items und nach dem Draft gehen wir euch das. Also wir können sich aufeinander abstimmen, ja. Wir haben noch Safe auch Hydra, Jack Schoban, oder? Also Hydra, also Hydra 100%. Das heißt wir sollten keine Champs picken, die nur OP sind wegen Hydra. Ja, genau, wir sind so gut. Okay, das ist actually insane für uns, right? Ich glaube nicht rein-dash und guckwer, dafür nehmen wir trotzdem. Ich habe noch Y-Lock, ne? Maukay könnte jetzt offen reset. Ja, Maukay kann da sein. Ah ne, das ist bei euch, ne? Ist da. Ich hab nichts mehr, ich hab nichts mehr. Na, moved, ich kann nicht nachher-moven. Ein bisschen chasey da nicht, wenn ihr könnt. Ich geh weg. Müsste noch, ja. Nice. Ja, ja. Ja, ja, ult rein. Ich komm auch. Wann bist du 6? Ja, wagen. Der trotzdem geht es. Ich hab, ich hab, ich hab reichen. Ah, ich muss, kann mich noch ulten, ja. Also ich hab kein Flash mehr, oder was? Dead, dead. Ja, der ist dead. Nice. Hat kein Mega dafür, also. Marken hier, Marken hier bei mir. Das Spiel, das Spiel, das Spiel, das Spiel, das Spiel. Ist gut, der ist gut. Hard-winning ist Hard-winning. Hast du Ult aufs runter? Ich komm da noch an, ja. Bot miss, care. Die hat kein Flash. MF könnte da sein, ich bin nicht bei euch. Sind rusted. Ich komm. MF wahrscheinlich auch, da geht raus, geht raus, geht raus. Ich krieg Bot viel. Zwei Sekunden noch mal hier. Ah, ein Outless, nice. Space dann, du kannst Bot-move. Oh, Marco. Wir sind uns gerade ein bisschen runter. Ja, ich fight das hier, oder? Bin fine. Naht. Komm, ich komm, ich komme. Ah, no. Ich schade. Geh du dann einfach bot. Ich fight hier, ich fight hier. Aber kein Flash auf den. Auf den. Wenn du für uns zu wifelst, dann ist Hard-winning. Na, ist hinter dir. Ist der cool? Ah, ne. Ist nah full? Ne, ja. Aber ein bisschen noch. Wir sind gleich da. Boah. Noch ansonsten, ehrlich gesagt, nix. Oh, shit. Egal. Nice. Nice. Da ist doch. Na, ihr kommt nicht ran, oder? Boah. Kannst du ulpen? Naja. Aufwarten ist auch okay. Schön. Nice. Aber wir sind da. Ich bin raus. Ich hab hier überschlippiert. Spielen wir das, oder? Ne, ne. Spiel wir nicht. Flash, gell? Können wir spielen, jetzt? Ja, jetzt, jetzt. Nee, komm ich rein. Dann komm ich rein. Dann komm ich rein. Ja. Hast du schon, ne? Na, ich hab hier noch einen Out los. Warte mal. Ja, ja, guck mal, guck mal. 3 Sekunden ulti, 3 Sekunden ulti. Was? Weiter, weiter, weiter. Ich sterb zu dem. Nee, du bist halt zu dem. Du bist halt zu dem. Ich kann nicht blocken. Ich kann nicht blocken. Ich blocken. Ich blocken. Ja, gut. Ich bin auch noch mit raus. Okay, wir gehen hier. Backline, backline, backline. Was? Da müssen wir gucken. Sandra ist nach rechts raus. Ja, ich bin auch noch mit raus. Ich komm da ran. Ich komm da ran. Nice. Die hat kein Flash. Ist noch eher was? Na, du hast mega. Na, du bist. Keep, 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 keep. Ja, können wir auf jeden Fall noch ran gehen? Ich komm da ran. Okay. So noch keine Wiss. Ja. Ja. Einfach bis sein Leben durch sich sieht. Hopp. Oh. Das macht ja fast Damage. Das war ja mega viel Damage. Pock. Nice. Kann man noch austauschen? Was? Ich hab einfach den Heimix. So. Hallo Wookieeins. Moin. Ich hoffe ihr seid Lorefest. Ja. Perfekt, Phil. Dann kannst du dein Thema an die Hand nehmen. Achso, wir müssen ja die vier Regionen auch noch wählen. Das wäre gut, wenn wir die Regionen wissen würden, ja. Scheiße. Gleich wieder da. Wir nehmen Ixtal. Boah. Targon. Geil. Targon? Für Targon. Bändel. Bändel. Und das letzte müssen wir diskutieren, Freunde. Der letzte Champ ist Bilgewater. Der letzte Region. Ja. Ganz viel Spaß beim Draften. Das wird wundervoll. Oh Junge, aber du kannst ja nur aus Bilgewater ein Estier-Team zusammenbauen. Nein. Ach du Scheiße. Das ist Obsessed auf Olaf Toplane. Aber wenn ich fett werde, ist geil. Aber war ja nicht fett, ist die Frage. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Das ist echt so. Oh. Oh. Los, nehmt ihn. Oh. Junge. Let's go. Das war die Eins. Hier, kein Flash. Ihr wisst von den Robben. Ihr wisst von den Robben. Kein Flash. Ja, ja. Du, keine Angst. No Flash. No Flash. Die werden late invaden Topside, right? Oh mein Gott. Ich kann vertrauen. Lass das, lass das fighten zu dritt hier, Geist. Fight das 100%. Einfach auf Trundle? Ja. Ich hab ein Slow drauf. Hat Ghost gezündet. Ich glaub, es reicht schon, es reicht schon. Ja, es reicht, es reicht, es reicht. Sehr gut. Dann kriegen wir hier nicht. Okay, dann geh ich invaden. Der war low, ne? Der war low, ja. Aber das ist fein, er hat bestimmt. Ich hab auch Prio. Ich hab auch Prio. Wann hast du wieder? Jetzt. Warte. Ja. Move. Aber ich glaube, das ist so. Fein. Doch, doch, doch. Hilf mir. 10 Sekunden. Oh, scheiße, Mann. Guck mal, ich bin mitte da. Oh. Ich komm aber ran. Ja, wir können nicht reingehen. Kann ich da drauf schauen. Ah, schade. Kein Flash. Kommt ihr da ran? Oh, nee. War das wieder? Ich hab Hook auf 2. In 3 Sekunden wieder eh. Heimer jetzt agre. Heimer jetzt miss. Heimer. 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 Ich hab Ghost an. Auch hier kommt er. Ich kann mich fassen. Ich komm, ich komm nicht. Aber ihr gewinnt, ihr gewinnt, glaub ich. 3 Sekunden E, 3 Sekunden. Heimer, keine Ulf. Jetzt, jetzt, jetzt. Oh, passt du? Okay, nice. Der hat keine Ulf. Habt ihr euch E? Wir kommen, wir kommen, wir kommen. Ja, schön. Ich hab. Okay, schön. Ich mach mal den Kills, wer kann. Ich hab Habit gemacht. Braucht er eigentlich nicht machen. Hab jetzt Ult. Ja, ich hab hier. Er ist auch was von dort. Nice. Look, look, look. Hier bei mir. Oh, okay. Wir sind noch nicht da, ne? Wir sind close. Aber auch nicht ganz da. Ja, hier. Trun, Trun. Da sind ja alle da, also ja. Olaf, keine Ulti. Komm, die hier. Ich hab noch ab. Ich hab dich. Ich hab dich. Kann hier Olaf essen? Können wir hier gucken? Ja. Ich hab dich nicht hoch. Wer ist hoch? Nice. Können wir noch weiter gehen? Ich hab E drei. Wird hier auf jeden Fall. Ich hab Ult auch gleich, aber wir können da rein diven. Ja. Ich bin schon drinnen. Ich bin schon drinnen. Ich bin schon drinnen. Huge. Sehr schön. Oh. Oh. Ich hab Vertrauen. Ich hab Vertrauen. Was tut die da? Hä? Hintet einfach nur. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Die sind alle wieder alive, guys. Alle alive. Ich hab den Rücken hier gerade. Der hat keine Ult. Wir machen das. Okay. Ja. Okay. Wenn du sagst. Ich hab ihn hoch. Ich hab ihn hoch. Aber du musst vielleicht langsam spielen. Wir gewinnen das. Wir gewinnen das hart. Ich hab Ult auf ihm. Ja. Ich hab gleich Zunge. Okay. Ich mach Herald und wir gehen durch hier. Machen wir noch weiter? Ich ticken weiter. Ich ticke weiter. Ich ticke weiter. Das ist nicht zu deep gehen hier. Das ist sehr, sehr deep. Abbruch. 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 Oder? Wenn ihr hierhin kommt, ich bin gleich da. Was für Abbruch? Hier, kommt mal hier. So nach. Ja. Ich bin auch drinnen. Ich bin da noch. Jetzt reicht. Jetzt reicht. Jetzt reicht. Jetzt reicht. Das war. Ist der Dieb? Oh, du bist auch noch dritte? Okay. Ich muss noch raus. Der hat Ult wieder ab. Renn, 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 renn. Ablaufen lassen. Ablaufen lassen. Ich kill die alle. Komm nur nicht ran. Nice. Tristana kein Jump. Nein. Ich überlebe. Ja, lass Damage stoppen. Wir tanken das lang genug. Stehen nicht dahinter. Stehen nicht dahinter. Ja, alles gut. Ich will nur ein paar Mal Stunge machen. Stop. Stop Damage. Boah, ich hab den hier. Okay, jetzt ist der Trend, oder? Okay. Hast du einfach keinen Slide ab, oder? Nee. Jo, was soll das denn, Alter? Go, go, go. Ja, ja, ja. Und Rainer. Pass nur auf dich auf, oder? Ich nehm Tower, ich nehm Tower. Pass voll auf dich auf. Hast du E? Ja, warte, jetzt. Kein Flash. Ich hab Hook danach. Oh. Ablaufen. Ablaufen. Pass immer noch auf dich auf. Ich pass immer noch auf dich auf. Oh, das ist ein bisschen. Frundl. Drive it. Kein Problem. I get you out. Ich hab hier E's en masse wegen dem Inhip. Haben wir noch E's da? Ja, klar. Feiner? Zwei noch. Keep, 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 keep. Okay, okay, okay. Kriegen wir den noch? Ich glaub nicht. Ich hab noch ein Hoop, guys. Ich hab noch ein Hoop, guys. Ja, lass erst mal, lass erst mal ein nächstes Zune. Die sind schon wieder alive. Ich hab noch Ulti mit. Ja, lass mal lieber finish. Nee, du hast noch Ulti. Ja. Ja. Ich hab auch. Ich hab Stunt. Wir sind einige E's im Haus. Einige E's dabei. Finish, finish, finish. Oh, finish lieber. Ah, nee. Wir können fighten, wir können fighten. Wir haben so viele wenig. Ich hab auch noch einige E's, Leute. Einige E's sind noch im Haus. Ja, ja. Ja, haben wir auch noch. Nee, ist, ist. Yay. Geil. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da hat der Cutter auf jeden Fall einiges an Material, du. Das hat Spaß gemacht. Das war, glaube ich, eines der lustigsten Games, die ich je gespielt hab. War wirklich crazy. Meist er für dich auch, oder? Also Pike-Terry ist auch so einfach so elegant. Untertitelung.